Heute im Maker's Nählexikon A wie Absteppen. Absteppen wird oft analog mit Steppen verwendet. Das leitet sich natürlich auch davon ab, denn es geht um eine Steppnaht, eine einfache gerade Naht mit einer Länge von irgendwas zwischen 2 und 4 und eine ganz normale Steppnaht, die gesteppt wird, liegt in der Regel irgendwo innen im Stück, während eine abgesteppte Naht eher an Kanten oder an Säumen liegt. Absteppen tut man, um Ziernähte zu setzen oder um Nähte zu stabilisieren. Das heißt zum Beispiel an oberen Kanten, wie zum Beispiel hier an meiner Tasche, kann man sehen, dass eigentlich diese beiden Stoffe schon miteinander verbunden wurden mit einer ganz normalen Naht, die links, also auf der linken Seite, innen liegt und ich habe aber oben noch einmal eine Naht abgesteppt. Das heißt, dass ich quasi einfach einmal drum herum gegangen bin und damit habe ich die innenliegende Naht stabilisiert und habe außerdem meine Wendeöffnung geschlossen. Was man sehr oft hört, ist knappkantig absteppen. Das bedeutet einfach nur, dass man sehr nah an der Kante absteppt, also wie es eben hier auch bei der Tasche der Fall ist, dass man da wenige Millimeter von der Kante entfernt steppt. Abgesteppt werden Säume und Kanten, zum Beispiel auch Tascheneingriffe, also sehr viele sichtbare Nähte und auch Nähte, die besonders stabil sein sollen. Projekte, wo eher nicht abgesteppt wird, sind in der Regel Jersey-Projekte, denn eine Steppnaht an sich ist ja eher unelastisch, also eine ganz normale gerade Naht würde ja reißen, wenn man da Druck drauf gibt. Das heißt, bei elastischen Stoffen, so wie bei Jersey oder Stoffen mit sehr viel Elastan, würde euch diese abgesteppte Naht reißen. Das heißt, wenn ihr dort absteppen wollt, müsst ihr entweder mit einer Zwillingsnadel arbeiten, so dass eben die Naht elastisch wird oder ihr müsstet mit einer anderen elastischen Naht arbeiten. Es gibt auch Nähte, die wie Steppnähte aussehen, die elastisch sind oder ihr könntet auch einfach mit einem Zickzack arbeiten.